Ich liebe dich so wie du mich am Abend und am Morgen. Noch war kein Tag, wo du und ich nicht teilten unsere Sorgen. Auch waren sie für dich und mich geteilt leicht zu ertragen. Du tröstetest im Grunde mich, ich weint in deine Klage. In deine Klagen. Drum Gottes Segen über dir, du meines Lebens Freude. Gott schütze dich, erhalte dich mir. Schütz und erhalte uns beide. Gott schütze dich, erhalte dich mir. Schütz und erhalte uns beide. Erhalte uns beide. Erhalte uns beide. Diese Burg, die Godesburg ist eng verbunden mit den mächtigen Kurfürsten von Köln. Von hier oben konnte man natürlich die Handelsstraßen am Rhein sehr gut kontrollieren, unter dem Motto Wissen, was passiert. Unter ihrer Herrschaft war das Erzbistum Köln selbstverständlich streng katholisch. Aber wir wissen es alle, die Liebe ist ein seltsames Spiel, auch damals schon. Und sie soll den Erzbischof Gebhard Truchses von Waldenburg derart erwischt haben, dass er wegen einer Prinzessin aus Mansfeld zum evangelischen Glauben übergetreten sei. Und er hat sich alle, die Menschen verankert sein. Vielen Dank.